So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday. Ihr hört es schon, wer es nicht hört, der ist eh egal. Wir wollen wieder 6 Pokémon Maxen, ich bestimme wieder einen Titel Pokémon, was ihr schon im Titel gelesen habt, wahrscheinlich. Und 5 Vorschläge aus der Community. Mal gucken, wer gut mitgemacht hat, wer achtsam war. Aber Regeln, wie immer, wenn ich ein 100%iges habe von euren Vorschlägen und genügend XL, versuche ich dieses zu Maxen. Mein Ziel also, alle Endentwicklungen mal auf Level 50 in 100% Max zu haben. Boreos ist momentan noch in den Raids. Ich bin mit Boreos fertig und das gleich im doppelten Stile. Wenn wir nämlich hier mal eingeben, Boreos, sehen wir die Tiergeistform in Glücks-Shiny 100%. Damals von Blood and Tears getauscht. Das ist auf Level 50 Max. Das ist sehr schön. Und jetzt bei der Raid Mania kam ja auch der Wolkengeist dazu aus einer Einladung von The Postman. Also Grüße gehen raus an den Sören. Dankeschön dafür. Das ist mein persönliches Titel-Pokémon, was aktuell gerade passt, was wieder mal super funktioniert hat. Nächster Raid Boss ist ja dann Ho-Oh ab Mittwoch. Da versuche ich auch ein Hunderter zu bekommen, denn genau das fehlt mir noch. Da könnt ihr also gerne mich einladen und ich werde viele Raids machen. Ich möchte meinen Apex Ho-Oh auf 50 pushen und ich möchte genügend XL und ein Hunderter zusätzlich. Also zwei Maxes dann davon. Mal gucken, ob wir das schaffen. Hier seht ihr das nochmal. Also das ist das Krypto. Ach, das Krypto. Das ist das Shiny-Glücks-Boreos. Eigentlich müsste ich gerade im Bett liegen, aber ich sitze halt trotzdem hier und rotze euch was vor. 3.635 und hier Lauderbach-Hessen vom Sören 2389 mit Wetterbrust. Das pushen wir jetzt auch einfach mal hoch und kommt auf 3.782. Was wird da denn los? Jetzt machen wir hier den Level 50 Tag noch dran. Das heißt, die Wolke, der Wolkengeist erreicht mehr WP als die Tiergeistform. Das ist aber glaube ich nur bei Boreos so. Bei Voltolos ist das umgedreht. Bei Demeteros ist das umgedreht. Das ist ja das. Deswegen ist an sich das Grüne eigentlich auch das Nutzloseste. Nicht nur, dass man nichts damit macht, sondern auch die Tiergeistform bringt nicht nochmal einen Boost und macht es stärker, sondern ist sogar schwächer als die Wolke. Bei allen anderen ist es so, ihr habt hier die Wolken und die Tiergeister stehen so weit oben drüber und sind viel nützlicher und brutaler und genialer. Aber das Grüne ist halt einfach das Grüne. Ich habe also das Schlechteste jetzt komplett fertig als Wolke und als Tiergeist. So, das fürs Thumbnail. Jetzt aber mal reinschauen bei euch in die Vorschläge, was ihr gesagt habt. Wir gehen wieder auf Neueste zuerst. Fünf Vorschläge aus der Community brauche ich. Gipsi Löwenherz, wie wäre es mal mit Rabauts, Sejong oder letzten Hunderter, das du heute gestern bekommen hast. Rabauts habe ich keinen Hunderter, das weiß ich jetzt schon. Da, kein Rabauts dabei. Bei Sejong machen wir mal wieder die ganze Familie fertig. Wir haben Valreiser also auf 50. Wir haben Sejong nicht auf 50. Wir haben aber Seemobs auf 50. Ich würde hier also auf das Sejong gehen, sodass auch die Seemobs-Familie komplett fertig ist. Dass wir Valreiser, Seemobs und Sejong auf 50 haben. Also hier auch Level 50 Tag dran. Kann der Name auch noch weg. Gipsi. Das hat funktioniert. Sejong ist fertig mit 1938. Wunderbar. Hier haben wir noch der 2000er, weil ich den hatte und genau 2000 Bonbons und deswegen war das ganz cool. Was ist eigentlich das letzte Hunderter, was ich habe? Ein Quapsel. Hunderte Quapsel wäre das letzte Hunderter, was ich habe. Da fehlt glaube ich auch was in der Familie. Also Quapo ist auf jeden Fall schon mal, aber ich glaube, Quapuzzi und Quapsel sind nicht auf Level 50. Wäre theoretisch also auch gegangen, sich davon dann eins rauszusuchen. So, also ein Punkt hier. Vier fehlen noch. Balusa, Quiegel, Marmolita, Zwirrlich. Gucken wir mal auf Marmolita. Marmolita haben wir hier. Marmolita würde gehen. Marmolita XL sind voll. Kommt auf 2452. Bei Quiegel weiß ich ja schon, dass ich Marmolita gemaxed habe. Bevor ich jetzt die kleinen Vorstufen nehme, versuche ich natürlich immer die Endstufen. Oder das ist ein alleinstehendes Pokémon. Bevorzuge ich das aus dem Vorschlag. Maxe ein Marmolita auf 2452. Ist die Nummer 2. 3 stehen noch aus. Kai Potsch. Meine Vorschläge wären. Potrot, Funifrasenco, Vipilis, Flapterixi, Cognito. Potrot, Funifrasenco, Potrotenco, kommt bald zurück. Geht noch nicht. Würde dann vielleicht gehen. Funifrasenco ist schon. Sengo ist schon. Rest habe ich mir nicht gemerkt. Vipilis, Flapterixi, Cognito. Vipilis. Oh, ist nicht, aber ich habe nur 8. Also Vipilis geht auch nicht. Flapterix. Flapterix. Fehlen auch die XL. Und Icognito. Tja, da ist, können wir aber gleich wieder hier zeigen. Icognito haben wir damals ein I 100% auf Level 50 gepusht. Das haben wir damals in Prag bei einer Safari-Zone gefangen, wo auch Hong und seine Freunde vor Ort waren. Das waren damals noch die guten alten Zeiten. Mit Maps gespielt, zu Safaris gefahren, rumgerannt. Da kam das 100er her. Und irgendwann habe ich das dann, sieht lustig aus, mit dem Best Buddy Badge am Kopf. Hier ist auch noch ein zweites 100er, aber, ne, du tust ja nicht jeden einzelnen Buchstaben nehmen. Wir haben ja noch andere Vorschläge. Und eins ist ja fett, also gehen wir mal lieber weiter. Muffler, nix. Arvid Hanik. Mein Vorschlag wäre Raupi. Raupi haben ja, glaube ich, gezeigt, dass jetzt alle, dass die Familie komplett voll ist. Raupi, 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 Smedbo, Safkorn, Raupi, also sind alle fertig. Tief und scharf, Kommentare. Dann BdKami. Mein Vorschlag wäre Bisbark, Lilmenip, Pudox oder Papinella. Bisbark klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt aus der Familie schon irgendwas gemaxed haben. Bisbark ist schon gemaxed. Terribark ist noch nicht gemaxed. Und Jorclef ist auch noch nicht gemaxed. Wir nehmen einfach direkt dieses Terribark, maxen das noch hinterher. Wer jetzt schlau ist, weiß, er kann Jorclef vorschlagen und dass das eben noch nicht gemaxed ist. Und so kann man dann Stück für Stück sich da rantasten. Und wer wirklich dreist ist, schlägt einfach wieder Raupi vor, weil ihr jetzt gesehen habt, dass das schon alles fertig ist. So, 1789 für das Terribark. Wie viel stehen jetzt noch aus? Zwei? Ich weiß es gerade nicht. Taubsi Radfrath, sagt Jochen Strehl. Das, weiß ich nicht. Der Jochen ist halt so besonders. Taubsi. So, 50. Nix. 50. Ich mach extra für dich das Tauboga. Auf 50 mit 1350 mit dem Tag dran. Schlag doch am besten einen Radfranz nochmal vor. Fürs nächste Mal. Justin Strehl. Zobiris Porygon Z. Ich guck jetzt erstmal nach Porygon. Porygon Z ist auf 50. Wie sieht's aus mit Zobiris? Zobiris ist auch auf 50. Jetzt guck ich nochmal nach Porygon. Und zwar Porygon 2. Würde gehen zum Maxen. Wir machen also das Porygon 2 noch fertig auf 3065. Und ja, dann fehlt wahrscheinlich noch Porygon. Aber jetzt habe ich keine XL mehr. Also kann da jetzt auch nichts machen. Aber das ist auch fertig. Das ist auf 50. Das ist gemaxed. Porygon 2. 3065. Und hier 3693. Alles zappelt rum. Bis aufs normale Porygon. Das ist noch das Coolste. Dann müssten das jetzt 5 Vorschläge von euch gewesen sein. Ein Vorschlag von mir. Grüße auch an den Rest. So viele waren da ja nicht mehr da. Ihr könnt aber gerne wieder hier Vorschläge machen. Unter diese Max Out Monday Folge. Eigentlich habe ich noch was titelmäßiges. Nämlich 3 legendäre 100er, die ich gerne maxen müsste. Muss ich mal gucken, wann da für Platz ist. Und weil wir heute wieder ein 100er legendäres gemaxed haben. Möchte ich morgen auch ein Gewinnspiel machen. Mit Ressladero. 5 Ressladero verlosen. Und dann habe ich vielleicht was ganz besonderes fürs nächste Max Out Monday. Weshalb dann ein darauf basierendes, thematisches Gewinnspiel am Dienstag danach kommt. Wo wir dann 5 Gierspenst verlosen. Wer jetzt mitdenken kann und kombinieren kann. Ich habe nämlich gefragt, was wünscht ihr euch für eine Verlosung? Gierspenst oder Ressladero? Die meisten warten für Ressladero. Viele sagen aber beides. Werden wir gucken, dass wir diese Woche Ressladero machen. Und nächste Woche Gierspenst verlosen am Dienstag. Dafür aber ein passendes Max Out Monday vorher noch bringen. Was das wohl sein könnte. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Beziehungsweise bis heute Abend bei Chill mit Ramses. Und dann gucken wir mal wieder, was in der YouTube-Szene abgeht. Das ist nämlich alles Schmutz. Wir gucken einfach nur, was bei euch so abgeht. Also, peace out for out. Euer Ramses.